Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Koi Consult Koi Talk Podcast. Mein Name ist Robert Jungnischke und in der heutigen Folge geht es einmal mehr um den pH-Wert im Winter. Warum dieses Video? Ich habe selber mal wieder gemerkt, dass der pH-Wert oder dass man den pH-Wert, gerade wenn man einen hohen Fischbesatz hat oder wenn man sowieso ein weiches Wasser hat, unbedingt im Auge behalten muss, weil auch wenn ich im Winter die Fische nicht füttere, auch wenn ich im Winter ansonsten eine niedrige Wassertemperatur habe, kann es durch die biogene Entkalkung passieren, dass der pH-Wert fällt, dass das Wasser zu weich wird und dass dann die Fische eben Probleme bekommen. In der Regel zeigt sich das an Hautproblemen, dann kriegen sie auf einmal Beläge, weil natürlich das saure Wasser die Fische stresst. Und deswegen ist es so wichtig, dass man auch im Winter, wenn man vermeintlich keine Aktivitäten im Teich hat, weil eben das Wasser kalt ist, trotzdem mal kontrolliert, wie ist denn der pH-Wert, wie ist denn die Wasserhärte, ist das alles noch im Rahmen oder muss ich ein bisschen Kalk zugeben, um einfach aufzuhärten und damit wieder für stabile pH-Werte zu sorgen. Ja, das war es eigentlich schon zu dem Thema. Mir war das nur noch mal wichtig, das zu sagen, weil mir wäre es fast durchgegangen und vielleicht ist es dir ja auch so gegangen. Ja, das war es schon und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal, dein Robert Jungnischke. Bis zum nächsten Mal.